Läuft da einer runter. Scharfschütze. Cool, den nächsten Scharfschützen aufgespürt. Aber der Warnlight und Warnlight bleibt mal stehen. Das war der Bereich der noch geklärt werden musste. Laut Miniradar. Dann haben wir noch einen Scharfschützen. Aber wie gesagt, das steht für mich irgendwie, finde ich, ungünstig. So, da geht eine. Zölisten. Hm, 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 hm. Die Erdbahn hat da hinten hin und her, also ein bisschen. Irgendwie unter uns ist was. Oh Gott. Die Drohne ist oben. Hier, wo muss ja noch einer sein. In der Richtung. Gut. Haus eines Leutnants. Hier muss doch irgendwo was sein. Zumindest in der Richtung irgendwo, ne. Äh, vielleicht da unten, ne. Wir haben Alarm am Start. Ich sehe einen Generator. Das wird es sein. Das wird es sein. Das ist, glaube ich, diese Funk, Funkanlage, ne. Wo. Ich seht's sehen. Wo Thies, äh. Hier in den Baracken. Vielleicht. Ist ja auch nur Eingang, ne. Wenn man so will. Ja, da ist er. Gut, da ist der Hauptmann. Der steht da unten beim Nebeneingang. Aha. Gut. Kriegen wir von hier auch natürlich nicht erledigt, weil da das Dach davor ist, ne. Oh doch. Könnten wir kriegen. Wenn er sie mal nicht bewegen würde. Könnte ja hier runter gehen, ne. Gut. Noch waren wir leise. Das ist schön. Ja. Eins von drei Einzelhaar ist vorhin fortgeschritten. Okay, weiß man nicht, was das immer bedeutet. Ist... ...gestern immer schon aufgeploppt. So, der Alarm, das ist da unten. Da brauchen wir nicht. Ha, jetzt wird's dunkel. Ist natürlich nicht so schick. Für uns, sag ich mal, ne. Warte mal, warte mal. Hier, so. Nachtsichtgerät. Hab ich jetzt aus Versehen... ...mein Fernglas rausgeholt. Ich sehe hier zwei Narcos. Da, im Gebäude. Ja, so langsam sollten wir es mal versuchen, ne. Irgendwie ranzukommen. Zumindest, dass wir dichter rankommen an... ...an... 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 ...an den Scharfschützen. Weil der könnte uns auch noch mal einheizen. Oder irgendein... ...den anderen greifen, weißt? Noch mal gucken. Wie wir das hinkriegen. Immer schön die Ruhe bewahren. Dass A und O nicht in Hektik verfallen, ne. Terra, ganz ruhig bleiben. Sag ja, lieber... ...lieber ruhig. Auch wenn's länger dauert. Wir sind ja hier nicht auf der Flucht. Lochlich. Da muss noch was sein. Hm. Zum Turm würd ich vielleicht mal gehen. Ich geh mal davon aus, wenn wir Licht aufschießen, ne, ...dass... ...wie nicht so schneller entdeckt werden. Hu 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 hu. Terra nicht übermütig werden, ne. Hm. Zu Seite? Drohnen wir doch mal. Hier muss ja noch irgendwo was sein, oder? Sturmsoldat. Hä? Wo? Ach, da hinten meint der, oder wat? Da oben. Im Turm. Sie ist. Sie ist. Und die Treppe ist. Alarm ist da noch. Ach, der ist da unten. Treppe geht vorn. Wo steht denn der Strafschütze? Im Turm, ne? Wo geht's die Treppe hoch? Von hier aus. Okay. Okay. Müssten wir hier irgendwie rumschleichen. Und dann... Hoffen darfst wir's hinkriegen. Warte mal, mach mal. Wieder Scharfschützen gewähren. Gut. Zurück mit dir. Zurück mit dir. Zurück mit dir. Warum? Kommt da einer? Ich seh keinen auf dem Mini-Radar. Außer denen, die wir jetzt gerade auch freigeschaltet haben. Den... Scharfschützen. So. Wir nehmen jetzt mal wieder Sturmgewehr. Ja, sorry, dass ich so leise bin. Ich muss mich halt ein bisschen konzentrieren, ne? Möcht nicht so unbedingt... Jetzt aufheilen. Gott. Runter, bevor sie dich sehen. Warum? Wegen ihm, ich finde. Ich wäre natürlich jetzt ärgerlich, wenn wir wegen sowas hier auffallen. Komm nicht hoch? Schade. Können wir nicht klettern? Gott, Mann. Wäre gerne hochgeklettert. Hubschrauber? Ich höre schon wieder Hubschrauber. Der steht da. Da ist der andere. Da steht auch noch einer. Kriegen wir von hier aus weg. Nee, der steht dahinter. Schade. Jo, machen wir. Komm hier eh nicht hoch. Gerade. Oh ja, gut. Aber ich würde gerne erst mit dem, bevor der uns verrät. Weg machen. Ach, wir machen es einfach mal, ne? Benzer sehen. Ich werde sich gegenseitig angucken. Gut. Jetzt könnten wir ihn aufschalten. Gut. So. Da steht der Heli. Und unser Ziel steht am Fenster. Okay. Okay. Und die anderen, die sind alle so verstreut. Uiuiui. Die kriegen wir von hier aus nicht eingeschossen. So. Die sollen wir verhören. Ja, ja. Machen wir später. Ging gerne noch ein bisschen spazieren, der Junge. Dann würde ich gerne runter gehen. Erst mal Stromgewehr wieder nehmen. So. Zivilisten im Gebiet. Schusslinie beachten. Ja. Habe ich mitgekriegt. Am besten wieder runter, ne? Da ist vor uns der M4. Ja. Hier kommen wir nicht. Gott. Licht aufschalten. Vielleicht. Ja komm. Besser wärs nicht. Sie sehen dich gleich. Verzieh dich. Ah. Ne. Laut Miniretter ist alles in Ordnung. So. Der steht immer noch da. Dann Zivilist. Auch Zivilisten. Okay. Lalalalalala. Puh, puh, puh. Macht schon Spaß, so langsam reinzusnipern oder reinzukriechen. Aber er bleibt da stehen. Er bleibt da stehen. Da müssen wir uns irgendwie hier mal vorwärts bewegen. Jetzt geht da hinten einer lang. Gehen wir nochmal hoch. Aber der geht runter, ne? So gut ausschaut. Na ja. Der geht da unten lang. Der andere sicherlich auch. Oder? Der da. Der kann auch nach oben gehen, ne? Wenn wir reingehen und sie greifen. Warte mal. Kommt der ins Schussfeld? Ne, da ist ein Zaun inzwischen. Das ist doof. Natürlich ärgerlich, ne? Wo geht der lang? Der geht nach unten. Der wird doch nicht hierher, oder? Der geht wieder runter, ja. Der geht jetzt den Weg hier runter, ne? Von hier aus kriegen wir nicht. Könnten höchstens. Hier ist ein kleines Zeitfenster. Ist doof. Und der läuft ja auch, ne? Da läuft er seine Patrouille ab. Oh ne, komm mal nicht hin, du? Schade. Komm mal nicht hin, oder was? Hä? Schade. Warum auf einmal nicht? Da verstehe ich jetzt gerade nicht, warum wir von hier aus nicht rüber schießen können. Aber da, hm? Wo ist er? Ne, da kommen wir nicht hin. Schade. Schade, schade, schade. Jetzt wandert der natürlich, ne? Oh, ah. Ah. Gut. Huch, 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 huch. Nochmal die anderen gucken. Aber der ist tot. Gott. Dass wir da sind, kann ich nicht rüber schießen konnten. Äh, ja. Bisschen. Komisch. Oh, er steht hier oben. Huh. Jetzt ist er mal wieder hochgelaufen. Ah, Gott. Ist nur die Frage, ich mein, wir sollen ja verhören, nicht abschießen, ne? Ja. Ja, geh wieder runter. Wie hol' dich im Haus, wenn's geht? 200 Meter ist ja noch einer. Aha. Wie weit ist der? Wenn die angezeigt wird. Jetzt geh' da runter, geh' dann wieder da und dann steh' wieder im Haus, ne? Ja. Ja, wenn wir jetzt mal mit unseren Kompanieros hier reingegangen, dann wären wir, glaube ich, aufgeflogen. So, er ist wieder da drinnen. Gott. Ha, ha, ha. Licht ist hier so hell. So. Jaja. Ja, 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 ja. Warte mal. Aber Licht ist hier auch aus, ne? Zurück mit dir. Sie werden dich sehen. Kommt hier irgendjemand oder was? Wäre natürlich jetzt ärgerlich, wenn wir irgendwie hier auffallen. Zivilist, ja ja, geh mal wieder. Alles gut, alles gut. Ja, solange man höhere Position hat, ist es immer schön. Jetzt läuft, geht der wieder? Okay. Da geht er jetzt wieder hoch, oder? Ja. Da am besten hochgehen irgendwie. Man kann ihn ja auch nicht betäuben. Betäubung schossen. Das wär doch was. So. Was haben wir jetzt eigentlich angelegt? Sturmgewehr, ne? Ja. Ah, meine Finger schlafen ein. Rechte Hand. Schluck Kaffee zur Beruhigung. Haha. So. Da steht er. Wir müssen da irgendwie hoch, ohne dass es was auffällt. Er ist am Telefonieren. Ja, ja. Die kriegen wir auch noch. Und denn... Wenn wir ihn da haben... Mal gucken, ob wir den Hubschrauber rein kriegen. Aber haben wir ja gestern auch festgestellt, ne? Den einen haben wir auch nicht den Hubschrauber gekriegt. Die wollen sie halt halb nicht töten lassen. Ja, oder? Weil nicht hier auch noch ne Lampe? Haben wir schon ausgeschossen. So. Oh. Nee, 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 nee. Nee, 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 nee. Hätte er uns fast gesehen, oder was? Na, gehen wir auch kurz zurück. Nicht, dass er uns gesehen hat. Und dann er abhaut. Nee, nee, das wollen wir nicht. Das wär doof. Ach, hier oben ist noch ne Lichtquelle. Gut, da steht er. So, Typ, du kannst wieder runter hier reingehen. Weil wir müssen mit dir wieder rausschleichen, wenn's geht. Ach, ich würd ihn gerne abschießen. Haha. Oder hat uns da drin einer gesehen gehabt? Weil im Haus steht ja auch einer hier. Laut Miniradar irgendwie. Typ, nun geh mal wieder rein. Ich will hier was erledigen. Ich füte mich alle rigen, so. Ich will dich nämlich aleyri gelieb so. Vielen Dank.